Hallo ihr Lieben, du möchtest deinen Hund überall frei laufen lassen? Dann bleib dran! Wir besprechen heute das Thema Abrufen. Hallo, ich bin Anja und ich bin Hundetrainerin. Möchtest du noch mehr Videos von uns sehen, abonniere gerne unseren Kanal. Wir versorgen dich mit Tricks und Tipps rund um das Thema Hund. Der Traum eines jeden Hundehalters, seinen Hund überall und jederzeit aus allen Situationen abrufen zu können. Das hier ist die Königsdisziplin und die wollen wir heute besprechen. Am besten schaust du dir unser Video Schleppleintraining vorweg an. Da stehen schon einige wichtige Informationen drin. Wenn wir uns mit dem Themenbereich Abrufen beschäftigen, arbeite ich zum Beispiel gerne mit zwei Abrufkommandos. Und zwar einmal ein verbindliches Abrufkommando und ein unverbindliches Abrufkommando. Beim verbindlichen Abrufkommando bedeutet das, alle stehen und liegen lassen, sofort antreten, gesprächsbereit sein. Das unverbindliche Abrufkommando benutze ich eher so, auf komm, komm weiter. Das ist so, komm in meinen Dunstkreis, aber du musst nicht kommen, zu mir direkt mich anschauen und gesprächsbereit mit mir sein. Also zwei Abrufkommandos. Ich habe das verbindliche Abrufkommando bei meinen Hunden, bedeutet das hier. Und das unverbindliche Kommando ist bei mir so, auf komm, 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 komm. Das ist bei mir ein unverbindliches Abrufkommando. Einmal gehen wir jetzt mal in die Theorie rein. Theorie bedeutet, stellt euch vor, zwei Hunde spielen miteinander. Frage dich selber, kannst du deinen Hund aus dieser Situation abrufen? Wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, ist es nicht gut, das verbindliche Kommando einzusetzen, weil das verpufft dann. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Stellt euch vor, da spielen zwei Hunde. Und du stehst hier und rufst, hier, hier, hier. Und was kommt bei deinem Hund an? Weil dein Hund lernt dann, super, ich kann weiterspielen. Es hat keine Konsequenz, dieses Abrufkommando. Und Frauchen oder Herrchen stehen am Rande, sind weit weg und schreien. Also baust du das Kommando quasi ab. Der Hund lernt dich quasi zu ignorieren. Damit du deinen Hund aber rausrufen kannst, benutze ich lieber das unverbindliche Kommando. Hey, schnell, komm schnell, jawohl. Also ein Aufmerksamkeitskommando, damit sich dein verbindliches Kommando hier nicht abnutzt. Also was brauchst du zum Abrufen? Du brauchst auf jeden Fall eine Belohnung. Für den Hund muss es sicher sein, er kommt gerne zu dir. Also du solltest immer freundlich sein, positiv sein und genügend Energie haben, um deinen Hund zurückzurufen. Und eine Belohnung. Eine Belohnung kann sein, entweder ein tolles Spiel oder ich benutze jetzt für meinen Hund gerne Futter. Lilly frisst sehr gerne, also bekommt sie fürs Abrufen auch eine gute Futterbelohnung. Die Futterbelohnung, wenn du darüber arbeitest, sollte so gewählt sein, dass dein Hund nicht, ich sage mal, popeliges Trockenfutter bekommt, was er eh im Napf hat, sondern eine besondere Belohnung. Entweder ein Stück Wurst oder Leberwurst-Tube oder irgendwas, was der Hund wirklich gerne frisst. Weil abrufen ist sehr schwierig für die Hunde. Und ihr müsst euch das vorstellen, wenn ein Hund da hinten spielt mit einem Artgenossen, ist das ja schon eine tolle Belohnung quasi für ihn. Und wenn du dann kommst und möchtest deinen Hund abrufen, musst du ihm auch zeigen, es hat sich gelohnt, den anderen Hund dafür stehen und liegen zu lassen und zu dir zurückzukommen. Also, hab Freude bereit, wenn dein Hund kommt. Hab entweder Spiel bereit oder was Leckeres zum Essen für deinen Hund.